Ein müffelnder Teppich kann einem den Aufenthalt in den eigenen vier Wänden schon mal madig machen. Wer möchte denn schon gemütlich auf dem Sofa rumlümmeln, wenn vom Teppich seltsame Gerüche aufsteigen? Damit Flecken und Gerüche gar nicht erst entstehen, könnt ihr das natürlich vorbeugen. Das regelmäßige Absaugen ist hier besonders wichtig, damit sich Dreck nicht in den Teppich festsetzt. Passiert euch doch mal eine Malheur oder ihr tropft oder schüttet sogar eine Flüssigkeit auf den Teppich, solltet ihr die Flüssigkeit sofort mit einem saugfähigen Tuch, zum Beispiel Küchentuch, aufnehmen. Bleibt jedoch ein Fleck zurück, könnt ihr ihn trotzdem noch auf verschiedene Weise behandeln. Wenn ihr unseren Kanal abonniert habt oder regelmäßig unsere Videos schaut, dann kennt ihr bestimmt schon unseren Lieblingshausmittelhelfer, Natron oder Backpulver. Natron ist wirklich eine Wunderwaffe, die man an vielen Stellen im Haushalt anwenden kann. So auch bei Flecken oder schlechten Geruch im Teppich. Einfach das Pulver auf die betroffene Stelle streuen, mit warmem Wasser übergießen und nach ein paar Stunden vorsichtig abtupfen. Kommt der üble Geruch nicht nur von einem einzelnen Fleck, sondern müffelt der gesamte Teppich, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als den gesamten Teppich zu behandeln. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, je nach Beschaffenheit des Teppichs. Schaut am besten erstmal auf das Pflegeetikett eures Teppichs. Einige Teppiche, besonders solche aus Baumwolle oder Synthetikfasern, können oft problemlos in der Waschmaschine gereinigt werden. Geht das aber nicht, habt ihr trotzdem noch verschiedene andere Möglichkeiten. Einen kleinen Hochfloorteppich könnt ihr beispielsweise in der Dusche oder Badewanne reinigen. Dafür kloppt ihr ihn zuerst gründlich aus, legt ihn dann mit dem Fleur nach oben zeigend in die Badewanne oder in die Duschwanne und lasst blauwarmes Wasser ein. Wenn ihr nicht zufällig Teppichreiniger zur Hand habt, tut es auch etwa 100ml mildes Shampoo. Das sollte dann aber keine Farbstoffe enthalten, damit ihr den Teppich nicht aus Versehen blau oder rosa einfärbt. Das Ganze dann über Nacht einwirken lassen, am nächsten Tag mit frischem Wasser durchmassieren und dann auswaschen, bis das Wasser klar ist. Lasst den Teppich dann auch eine weitere Nacht in der Wanne liegen und hängt ihn am nächsten Tag zum Trocknen auf. Ihr habt auf dem Flohmarkt einen Orienteppich erstanden oder von Oma oder Opa einen geerbt. Gerade dann hat er wahrscheinlich schon viel erlebt. Vielleicht riecht man das auch schon. Aber auch diese lassen sich zu Hause reinigen. Ihr braucht dafür nur ein pH-neutrales Reinigungsmittel und eine Bürste oder einen Besen. Also auch hier erstmal gründlich aussaugen und an einer kleinen Stelle testen, wie der Teppich auf das Reinigungsmittel reagiert. Dann den Teppich leicht anfeuchten und das Mittel verdünnt mit der Bürste oder Besen verteilen. Wichtig dabei immer mit dem Strich arbeiten. Nach der Reinigung freut sich der Teppich über etwas Pflege, also ein Wollfett oder Lanolin, um das ausgespülte Fett wieder zu ersetzen. Dann müsst ihr den Teppich eigentlich nur noch gut trocknen lassen. Habt ihr einen Wollteppich, der nicht in die Waschmaschine gewaschen werden darf oder zu groß dafür ist? Dann könnt ihr ihn nach der üblichen Vorarbeit mit dem Staubsauger wellenförmig in der Badewanne stapeln. Zuvor natürlich ein geeignetes Wollwaschmittel und Wasser einlassen. Bei den Mischverhältnissen richtet euch am besten nach den Verpackungsangaben. Dann wie immer ausspülen und trocknen. Ihr möchtet den schlechten Geruch eures Teppichs vertreiben, habt aber keine Lust auf diese aufwendigen Prozeduren oder habt ihr den Teppich schon gereinigt und er müffelt trotzdem noch? Dann könnt ihr auf einen gebrauchsfertigen Geruchsentferner zurückgreifen. Achtet dabei aber darauf, dass er wirklich die Gerüche bekämpft und nicht nur durch starke Geruchsstoffe übertüncht. Unser Green Hero Geruchsentferner überdeckt die Gerüche nicht nur, sondern bindet und zersetzt sie. Und das in halb weniger Minuten. Der Geruchsneutralisierer ist natürlich unbedenklich für Umwelt, Mensch und Tier und kann sogar von Allergikern angewendet werden. Wegen seinen pflanzlichen Wirkstoffen hat er eine sehr hohe Materialverträglichkeit und kann nicht nur auf Teppichen angewendet werden, sondern überall da, wo schlechte Gerüche auftreten. Also auch im Auto, auf der Kleidung, für Schuhe oder im Hunde- oder Katzenkörbchen. Trotzdem ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste und deswegen solltet ihr den Reiniger vor der großflächigen Behandlung an einer unauffälligeren Stelle testen. Die Anwendung des Reinigers ist ganz einfach. Sprühdose schütteln, durch leichte Drehung um 90 Grad öffnen, betroffene Stelle gleichmäßig, großzügig beschrühen und den Vorgang bei Bedarf wiederholen. Aber egal für welche Methode ihr euch entscheidet, ich wünsche euch viel Spaß mit eurem nicht mehr müffelnden Teppich und hoffe, dass ihr das Chillen auf der Couch wieder genießen könnt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video doch ein Like und abonniert unseren Kanal. Genießt die Feiertage und schaut gerne nächste Woche wieder bei uns rein. Ciao! Ciao! Untertitelung des ZDF, 2020